Jetzt stehe ich, wo der Gegner steht. Mit wenig Aufwand. Verwirrt? 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 Gucke! Geh den Schritt vor. Ein bisschen seitlich raus. So, die Hand auf die Schulter. Das ist ganz wichtig. Die andere auf die andere Schulter. Jetzt mache ich so eine Lippe. Das hier. Und gehe selbst dazu. Dein Kopf ist jetzt auf meiner Schulter. Jetzt kommt meine Hand ganz lang, wunderbar. Und ich fühle runter.